ja so und bei mir dem coolen tg so jetzt gucken wir mal da rein in den shop hier was gibt es denn da den schul so schlecht also ich gebe dem vier von zehn er ist auch nicht wirklich hübsch also ich gebe dem ich gebe dem auch nur vier von zehn es geht die picke ist okay ich würde denn was muss ich für die sechs von zehn okay ich gebe den 7 18 klingen fächer achst du die dinge gibt es ja wirklich solche fächer wo klingen auskommen so ja eigentlich nicht so schlecht nicht mich wie der karte durch sieben von zehn sieben von zehn ich bin gerade bei dem durch sie noch so so ja so ja so Warte mal. Oh fuck, kann ich das sein? Warte mal. Ich will mir mal den Zahn ein bisschen leise. Oh mein Gott. Töööhh. Bähler im Schnitt. So das machte er jetzt so 3 Stunden lang. Ja. Oh. Aaaaaaahhhhhh Ich bin gekifft! Take number 150! Okay. Also. Ja. Was gibst du denn? Mein Hirn ist zerstört. Ja? Du hast es wieder mal geschafft. Mein Hirn ist kaputt. Ich hab dich gekapert. Nein, du hast mich gekapert. Das kommt noch mit hinzu. Egal. Ich steuere jetzt einfach mal Waschbäll mit dir mit, okay? Also. Was gibst du denn? Smooth Moves. Gib ich normalerweise 7 oder 8 von 10. Es gibt dir 8 von 10. Cliffhanger. Ist schön, wenn ich auch mal wieder reingehme. 2 von 10. 4 von 10. Scalant Defender. Nur von 10. 4 von 10. Boah. Du. Wie viel gibst du denn? 4 von 10. Are you kidding me? Are you kidding me? War schwer. Ja. Mit Grimassen bringt es ja auch nichts. Ich gebe dem da oben. Immer noch nicht. Ich gebe dem da oben 0 von 10. Und dem gebe ich 2 von 10. Cosmetic. 0 von 10. Was? 5 von 10. Was? Und vielleicht bei 10 von 10. Mega geil. Ja. 10 von 10. Das denke ich mir bei deinen Bewertungen. 10 von 10. Aber das müsst ihr einfach machen. Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Naher sofort ist wieder nicht... Ist wieder beschäftigt mit allen Möckchen. Ja. Das ist ein Abo da. Und Leute, die glauben, man sieht sich, weil der Waschbär vorne dran ist. So. Da müssen wir ganz hoch gehen damit. So. Jetzt. Jetzt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und es hilft der Natur, sich weiterzuentwickeln. Was? Wegen Waschbären und Dingis. Und es hilft der Natur. Was? So. Hier haben wir nochmal Like, ne? Und hier haben wir den platten Waschbär. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr selber aneignen. Komm, wir haben uns alle aneignen. Tschüss. Schreibt mir gut, da reicht der Washi.